Hallo, ich bin Stefan Hilbert, ich leite seit über 30 Jahren die manuelle Ausbildung. Hilbert ist sicher einer der Peronierer auf diesem Sektor. Und nachdem ich immer wieder gefragt worden bin, ob ich nicht einmal einen Kurs anbieten will für Massage für zu Hause, bin ich dem Wunsch nachgekommen und es gibt jetzt den Videokurs Massage für zu Hause. Was erwartet euch in diesem Kurs? Hier erkläre ich euch einmal das Potenzial von Massage, was hat das für eine Bandbreite für Gesundheit, Fitness, Vitalität, Beweglichkeit. Ich erkläre euch Berührungsqualität, was hat Massage auch auf diesem Sektor für einen Einfluss, nonverbale Kommunikation. Und ihr lernt in meinen Augen die vier wesentlichsten Griffe für Massage zu Hause. Das ist die Streichung, die Knetung, die Klopfung und die Dehnung. Und auch, wie arbeite ich aktivierend oder entspannend und beruhigend. Wir lernen die Griffe einmal auf den einzelnen Körperbereichen in ihrer Bedeutung. Und am Ende des Kurses ist das Ziel, und zeige ich euch einmal, die Griffe zu kombinieren in eine Ganzkörpermassage, das heißt Vorder- und Rückseite. Probiert es einfach aus, habt viel Spaß dabei, egal für welche Zielgruppe, ob das jetzt eure Partner, Partnerinnen ist, ob das Familie ist, ob das Kinder sind. Ihr werdet ein sehr gutes, erfolgreiches, einfaches Handwerkzeug haben. Und habt einfach Spaß damit. Vielen Dank. Vielen Dank.